Im heutigen Rezept möchte ich euch Sudels näher bringen. Sudels, das sind Nudeln aus Zucchini und sind eine gesunde und wichtige Alternative zu herkömmlicher Paste aus Weißmehl. Hier sind die Gründe, warum Sudels eine hervorragende Wahl sind, insbesondere wenn es um Ballaststoffe, Mikronährstoffe und Gewichtsnormalisierung geht. Sudels sind reich an Ballaststoffen, die für eine gesunde Verdauung unerlässlich sind. Ballaststoffe fördern die Darmgesundheit, indem sie die Darmbewegungen regulieren und das Wachstum gesunder Darmbakterien, also vom Mikrobiom, unterstützen. Im Gegensatz dazu enthalten klassische Nudeln aus Weißmehl kaum Ballaststoffe, da diese durch Verarbeitungsprozesse entfernt worden sind. Zucchini sind kostengünstig und reich an wichtigen Mikronährstoffen wie Vitamin C, Vitamin A, Kalium und Magnesium. Diese Nährstoffe spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung des Immunsystems, der Aufrechterhaltung eines gesunden Blutdrucks und der allgemeinen gesunden Zellfunktion. Weißmehl hingegen ist arm an solchen Nährstoffen, da viele Vitamine und Mineralstoffe während der Verarbeitung verloren gehen. Durch den hohen Ballaststoffgehalt und das große Volumen tragen Sudels dazu bei, dass man sich länger satt fühlt. Und das kann natürlich bei einer Gewichtsabnahme helfen. Zucchini haben eine geringe Energiedichte, das heißt sie haben wenig Kalorien und man kann größere Mengen davon essen, ohne zu viel Kalorien zu sich zu nehmen. Das heißt durch den Ersatz von klassischen Nudeln durch Sudels kann man eine gesündere Ernährung fördern und gleichzeitig den Gewichtsverlust unterstützen. Hierzu einfach Zucchini klein schneiden, in schmale Streifen oder klein hobeln und ganz kurz andünsten und dann ganz normal wie Nudeln weiterverwenden. Die kleingeschnittenen Zucchini werden ohne Öl in einer beschichteten Pfanne ganz kurz angebraten, einmal kurz durchwenden und nun können wir uns mit den Zutaten austoben. Zum Beispiel ein paar Cocktailtomaten, wer mag kann natürlich auch Knoblauch verwenden, wer Lust hat kann im Sommer gerne etwas Paprika dazu schneiden oder auch Rucola oder Kräuter nach Wahl. Abgeschmeckt wird das Ganze mit etwas Olivenöl oder Kernöl und etwas Salz. Für das Eiweiß geben wir ca. 100 Gramm Käferbohnen dazu und ein paar Oliven. Der große Vorteil bei Sudels, man kann sie warm oder kalt genießen und kann sie mit vielerlei Zutaten zubereiten. Zum Beispiel auch mit einem Tomaten- oder Basilikum-Pesto. Hier dieser Sudels-Salat wird lauwarm serviert, eben mit Käferbohnen und Oliven und anschließend einfach mit ganz wenig Olivenöl und Salz abgeschmeckt. Ich wünsche euch viel Freude beim Herumexperimentieren mit Sudels. Es ist ein herrliches, perfektes Sommergericht und lässt ganz viele Varianten zu. Natürlich können wir auch zum Beispiel Sesam verwenden. Und schreibt mir gerne in den Kommentaren, welche kreativen Sudels-Rezepte ihr erfunden habt. Viel Freude beim Nachkochen und bleibt gesund! Bis zum nächsten Mal!